Bist du dran? Ja, ich denke schon. Bist du noch vorhin, als wir diesen Weg gemacht haben, was fand ich hier einfach über diese Wurzel gestorben? Oh, manchmal bist du echt so ein Volltropel, ey, ich war nicht so lustig, aber... Ja, das war schon ziemlich dumm, ich bin nicht wohl, aber es ist okay. Warst du dran? Ja, du bist dran. Ich hab gewonnen. Was? Jetzt freut er sich, oder was? Man kann halt nicht überall gewinnen, hm? Dafür hast du doch schon gewonnen. Sollen wir nochmal? Können wir machen. Ey, kannst du bitte nicht in meinem Zelt rauchen? Wow, okay. Ey, war das meine letzte? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schwer ist, das hierher zu schlecken. Ja, das ist echt so ein Mann. Der Aufbau, ich hab's doch gut gemacht. Du warst schon etwas kennen. Hier? Hallo? Ist da wer? Sandra? Sandra? Was war denn das, Mann? Mach das scheiß Radio aus! Mach raus! Das geht nicht, Mann. Hä? Wir müssen Hilfe holen. Dann hol noch welche. Da war doch eine Telefonzelle auf dem Weg. Nimm doch die Tasche weg! Dahach! Ich hab's nochmal. Ich hab's noch gehabt, ich hab's noch, was ich anser. Ich hab's noch. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie noch. Ich hab's noch nie. Erstens, ich hab's noch nie mit mir. Aber ich hab's noch nie mit mir. Haben Sie. Man kann halt nicht überall gewinnen. Da war doch eine Telefonzelle. Ah! Sorry. Ist da wer? Sandra? Ja. Alles gut? Wir schaffen es. Ja. 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 Ja.